Liebe Zuschauer, liebe Episoden, kommen wir mal zum heutigen Thema. Im August 1949, als Vadim Kolpakow ganz im Norden der Region Irkutsk ankam, erzählten ihm die einheimischen Jakuten eine Geschichte über einen bösen Ort, der im Wald versteckt ist. Sie nannten es das Feueradlermest. Und selbst die Hirsche wagten es nicht, sich ihm zu nähern. Die Einheimischen erzählten eine Menge Legenden darüber, wie dass Menschen sich plötzlich unwohl fühlen oder gar verschwinden, wenn sie sich diesem bösen Ort nähern. Einige Menschen wurden später auch tot aufgefunden und andere wurden nie gefunden. Diese Legenden erschreckten Kolpakow 1949 absolut nicht, aber was er in einiger Entfernung erlebte, als er den Hügel hinausstieg, war schockierend. Das, was vor ihm lag, war eine ovale Anomalie, die von einem großflächig bewaldeten Gebiet umgeben war. In der Mitte befindet sich ein konischer Krater mit einem kleinen kugelförmigen Hügel. Die gesamte Struktur besteht aus gebrochenen grauen Kalksteinen. Seine Breite liegt zwischen 130 und 160 Metern, während der Kegel bis zu 80 Metern hoch ist. Seltsamerweise wachsen nur wenige Bäume auf der Formation selber, die umliegenden Nadelbäume haben jedoch ein schnelles Wachstum erfahren. Das geologische Mysterium, das Patomsky-Krater, Kolpakow-Kegel und Feueradlernest genannt werden, hat Wissenschaftler bis heute verblüfft, da sie sich nicht sicher sind, was diese seltsame Formation verursacht hat. Der Patomsky-Krater, benannt nach dem Fluss, der in der Nähe der Anomalie fließt, hat viele interessante Theorien hervorgebracht. Wilde Ideen spekulierten, dass es sich um eine geheime Uranmine aus der Stalin-Zeit handelte, in der Gulag-Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Seitens der Präastronautik gibt es die Theorie, dass es der Landeplatz eines außerirdischen UFOs sein könnte und andere populäre Theorien sind eine unterirdische Uran- oder Erdgasexplosion, ein staubgroßer Meteorit, der sich durch den Planeten bohrte und den Krater als Austrittswunde hinterließ, ein zylindrisches Metallobjekt unbekannter Herkunft und das Tunguska-Ereignis. Die Uran-Theorie mag unwahrscheinlich klingen, es ist jedoch bekannt, dass dieses Gebiet reich an natürlich vorkommenden radioaktiven Elementen ist. Es müsste eine präzise Abfolge von Ereignissen stattfinden, um die Umstände für eine Explosion zu schaffen. Aber dies liegt im Bereich des Möglichen. Die Bäume weisen jedoch nicht auf große Explosionen von Uran oder von Tunguska hin, da diese Nadelbäume eigentlich dann geebnet wären. Eine der interessantesten Theorien besagt, dass es sich um ein künstliches bzw. außerirdisches Objekt handelt, welches sich vor langer Zeit in den Patomsky-Krater eingebettet hat und die einzigartige Form verursacht hat. Die unauffälligen Strahlungswerte scheinen dem jedoch zu widersprechen, da ein Objekt aus dem Weltraum weitaus höhere radioaktive Werte hinterlassen würde. Natürlich könnte man dem widersprechen, indem man sagt, dass das Raumschiff vor so langer Zeit gelandet ist, dass die Werte in der Zwischenzeit dieses Niveau erreicht haben. Dieses wird durch die zunehmende Größe der Vegetation unterstützt, die das Gelände umgibt. Aber zu dieser Theorie komme ich später noch einmal. Die beiden vernünftigsten Theorien, die kurz nach der Entdeckung entstanden sind, besagen, dass der Ursprung vulkanisch oder meteorisch sei. Das Problem ist, dass Wissenschaftler noch keinen Hinweis auf eine der beiden Szenarien an den Hängen des Sibirischen Kraters gefunden haben. Es gibt nirgendwo Vulkangestein oder Meteoritenabfälle und trotzdem erinnert der Ort die Wissenschaftler an die Meteoriteneinschläge auf den Mond und sie glauben, dass die Beweise tiefer in der Erde liegen und zwar da, wo der Meteor eingeschlagen hat. Ein Geologe namens Alexander Portnov kam zu dem Schluss, dass es sich vielleicht um ein Stück Weltraumgestein handeln könne, dass von den berühmten Tunguska-Meteoriten der westlich des Patomsky-Kraters über der Region Krasnoyarsk 1908 explodierte und von dem abgesplittert sei. Inzwischen hat die Mehrzahl der Wissenschaftler aber den Beweis eines Meteors ausgeschlossen. Obwohl abgelegen, hat die Region Irkutsk eine einheimische Bevölkerung und zwar die Yakuten oder Sacker, wie sie genannt werden. Und diese Leute halten den Krater für einen schlechten Ort und bestehen darauf, dass große Tiere nicht in die Gegend freiwillig gehen. Eine Theorie über diesen Aberglauben legt nahe, dass ihre Vorfahren möglicherweise zu einer Zeit anwesend waren, als das Gebiet ein weit höheres Strahlungsniveau aufwies. Diese Vorfahren sind möglicherweise krank geworden und an dieser Strahlung gestorben. Im Laufe der Zeit wurde diese Legende in mündliche Stammesgeschichten zusammengefasst, die ein Teil der Kultur der Yakuten wurde. Tatsächlich gaben die Yakuten dem Krater wegen seiner Form den Namen Feueradlernest. Obwohl im Jahr 1949 entdeckt, wurde die erste wissenschaftliche Expedition zur Untersuchung des Patomsky-Kraters erst 2005 gestartet. Es gab eine Reihe von Gründen für diese Verzögerung, während in vielen anderen Ländern eine Anomalie wie diese, vor allem in dieser Größenordnung, ein wissenschaftlicher Schwerpunkt gewesen wäre. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion konzentrierten sich die Ausgaben für wissenschaftliche Aktivitäten auf die militärische Entwicklung. Infolgedessen wurde die Untersuchung des Kraters verschoben. Die erste Expedition im Jahre 2005 hatte einen großen Rückschlag zu verzeichnen, als der leitende Forscher Evgeny Vorobyow nicht lange nach seiner Ankunft verstarb. Bei der Autopsie seines Körpers wurde ein massiver Herzinfarkt festgestellt. Trotzdem, ob nun ein schlechtes Oben oder nicht, drängte die Gruppe weiter. Und obwohl Wissenschaftler das Gebiet dann auch gründlich studierten, ergaben sich nur noch mehr Möglichkeiten einer Erklärung. Zu diesem Zeitpunkt waren sie auf alle Fälle nicht in der Lage, eine schlüssige Entscheidung über die Ursache zu treffen. Interessanterweise wurden eine Reihe weiterer Anomalien in der Umgebung entdeckt. Gehen wir noch einmal zurück zu der Zeit der Entdeckung von Kolpakow. Da es sich um den Beginn des Kalten Krieges handelte, befürchtete die russische Regierung ursprünglich, dass dies der Ort eines Atomtests einer anderen Nation sein könnte. Immerhin hatten die Amerikaner erst vier Jahre zuvor ihre Atombombenmacht über Japan gezeigt und es ist ein offenes Geheimnis, dass die Russen versuchten, dieselbe Technologie auch zu entwickeln. In der Folge war eines der ersten Dinge, nachdem die Beamten vor Ort suchten, eine erhöhte Strahlenbelastung. Die Ergebnisse waren jedoch unauffällig. Obwohl geringfügig über dem Nennwert deutete die Menge in keiner Weise auf eine nukleare Explosion hin. Verblüffend ist jedoch, dass die umliegende Vegetation vor ihrer Entdeckung über ein Jahrhundert lang einen starken Anstieg verzeichnete. Und diese Anomalie klingt zwar gutartig, ist jedoch bei nuklearen Kontakten häufig. Die mutagenen Eigenschaften der Strahlung wirken sich auf die Größe der Flora aus und erhöhen diese im Laufe der Zeit oft dramatisch. Dies war auch in der Vegetation um Chernobyl der Fall und magnetische Anomalien sind auch auf und in der Umgebung dieses seltsamen Patomsky-Kraters vorhanden. Es gibt jedoch natürlich auch andere Ursachen für diese Baumwachstumsschübe. Moderne Geomorphologen glauben, dass das Feueradlernest ein sehr seltener Gasvulkan sein könnte, der als Entlüftungsöffnung für riesige Vorräte unterirdischer Gase dient. Die seltsamen Gesteinsformationen können auch auf chemische Reaktionen zwischen Elementen auf der Oberfläche und solchen hinweisen, die aus der Tiefe der Erde austreten. Der promovierte Biologe Viktor Voronin, Laborleiter des Sibirischen Instituts für Pflanzen, Physiologie und Biochemie, besuchte ebenfalls diesen Patomsky-Krater und stellte bedeutende Ergebnisse fest. Auf einer der Expeditionen wurde ein Segelschnitt einer Lerche gemacht, die am Rande des Kraters wuchs. Da eine einzelne Stichprobe nicht viel wert ist, wurde nichts Wesentliches außer dem Alter eines Baumes definiert. Aber eine merkwürdige Anomalie im Wachstum, die Mitte des 19. Jahrhunderts aufgetreten ist, hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Bekannte Ursachen wie Feuer, Insekten und andere Schäden konnten es nicht erklären. Daher wurden während der nächsten Expedition die Entnahme von Holzproben für die dendrochronologische Analyse nach seinem Plan durchgeführt. Als die Baumschnitte aus dem Krater ins Labor gebracht wurden, bestimmte er zuerst das Alter jedes Baumes und der älteste, der am Boden wuchs, stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert und wäre somit ca. 480 Jahre alt. Aber der älteste Baum an den Hängen des Kraters ist erst ab 1770 gewachsen. Professor Voronin entdeckte jedoch auch eine merkwürdige Anomalie bei der Bildung von Jahresringen aller Bäume, die älter als 200 Jahre sind. Es stellte sich heraus, dass einige der Bäume 1841 bis 1842 gefallen waren, andere nur zur selben Zeit abgebrochen waren. Und in den Mustern haben sich die Jahresringe zur selben Zeit verengt. Und bald starben sie. Komplizierter wurde es, als die Wissenschaftler die Baumringe der Bäume analysierten, die in der Nähe des Kraters wuchsen. Im selben Jahr, als 1842, haben die Baumringe deutlich zugenommen. Und überraschenderweise hielt sich dies für etwa 40 Jahre lang so. Und zwar mit einer sehr hohen Rate, bis sich die Ringe dann wieder stark verengten. Der starke Anstieg des Baumwachstums ist entweder eine deutliche Verbesserung der Mineralstoffversorgung oder wenn einige Bäume gefällt werden und die verbleibenden Bäume mehr Sonnenlicht bekommen und es ist unwahrscheinlich, dass der Wald große Mengen an Dünger zum Beispiel von Menschen erhalten hat. Es scheint einen massiven Anstieg im Wachstum gegeben zu haben und seine Ursache ist immer noch unklar. Der starke Rückgang des Wachstums nach vier Jahrzehnten ist jedoch nicht typisch für diese Situation. Interessanterweise gibt es nur einen ähnlichen Fall und zwar Tschernobyl, wie ich vorher schon erwähnt habe. Denn als nach der Katastrophe von Tschernobyl aufgrund der Freisetzung von Strahlung das Wachstum der Bäume dramatisch zunahm, vielleicht haben wir es hier auch mit etwas Ähnlichem zu tun. Ja, jetzt ist die Hintergrundstrahlung im Krater zwar gering, aber vielleicht kamen irgendwann plötzlich kurzlebige radioaktive Isotope hierher, die sich bis heute aufgelöst haben und später die Radioaktivität auch abnahmen. Also ein radioaktiver Meteorit? Oder vielleicht ein künstliches Weltraumobjekt mit Kernbrennstoffzellen an Bord? Liegen vielleicht doch die Überreste eines außerirdischen Raumschiffes im Krater? Und Professor Voronin beantwortet dies, indem er erklärt, dass der Isotopensprung in der Mitte des 19. Jahrhunderts den Mustern entspricht, die bei Atomwaffentests auftreten. Ferner sagte auch, dass er ein Biologe sei und kein Geologe oder Physiker ist und er sich deshalb gewisse Freiheiten erlauben darf. Er war auch einer der prominentesten Vertreter, der sich zuerst über ein UFO geäußert hat, welches dort eventuell abgestürzt ist, während der Atomantrieb des Raumschiffs noch eingeschaltet war. Zuerst schlug es auf den Boden auf, sagte er, und hob den ersten Kegel an. Mehrere hundert Jahre später explodierte der Motor und schob das mittlere Stück des Kraters nach oben und setzte bei das Strontium und Uran frei. Natürlich hat jetzt der Voronin keinen an der Waffel und der räumte auch ein, dass spätere Arbeiten am Krater eine weitere, wahrscheinlichere Erklärung liefern werden, wie zum Beispiel, die ich euch jetzt gleich erzählen werde. Aber, bevor ich das mache, dieser Voronin, das finde ich echt mal cool. Das ist ein Biologe, der einfach mal freie Schnauze sich überlegt hat, hey, warum denn nicht? Ich meine, die Isotopensprünge entsprechen Atomwaffentests. Das Ganze gibt keinen Sinn mit diesen Wachstumsschüben über 40 Jahre lang hinweg. Und da muss ein Grund da sein, ein Auslöser für das Ganze. Und ich finde es echt cool, dass er einfach gesagt hat, hey, warum denn nicht ein Ufo und seine Erklärung so und so. Ich bin da voll bei dem. Jedenfalls finde ich es auch wirklich fair von ihm, dass er gesagt hat, es gibt bestimmt eine wahrscheinlichere Erklärung. Und die aktuellste, die kommt von Dimitri Demesko vom Institut für Geophysik in Yekaterinburg. Und er schlägt vor, dass sich der Krater in zwei Phasen gebildet hat. Also erstens haben die tektonischen Einflüsse in diesem Gebiet eine Art Kanal erzeugt, der dem Schlamm Vulkanismus ähnelt, dann löste sich der Stein im Laufe der Zeit durch wiederholtes Einfrieren und Auftauen auf. Und eine der neuesten Studien, die 2015 in einem Artikel von Antipin, Pokrovsky und Fedorov, die kommen zu dem Schluss, dass die Bildung durch eine oder mehrere Dampfexplosionen entstanden ist, als Magma durch Wasser und Gestein ausstieg oder als Risse unter Druck stehendes Wasser im Gestein freigesetzt haben. Nach und nach nähern sich die Experten vermutlich der endgültigen Lösung dieses rätselhaften Objekts. Und zumindest sind sich alle Wissenschaftler einig, dass es nirgendwo anders auf dem Planeten etwas Vergleichbares wie diesen Patomsky-Krater gibt. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich bin da total bei dem Professor Voronin, denn wie auch bei der Ostsee-Anomalie, ich kann mir das super vorstellen. Warum kann ja sein, dass da sowas runtergeknallt ist, auch wenn es vielleicht kein Raumschiff ist, aber vielleicht ein radioaktiver Meteorit. Und was auch immer, irgendwas muss er das Wachstum von diesen Bäumen so begünstigt haben, dass diese über 40 Jahre lang extrem gewachsen sind. Ich bin mal gespannt und was mich immer wundert, wenn ich über diesen Krater lese, ich wollte schon öfters darüber berichten, ist einfach die Tatsache, dass das nicht weiter untersucht wird, also dass man nicht versucht, irgendwie tiefer in den Boden hineinzuschauen, da gibt es ja bestimmt auch eine Technik dafür, wo man dann einfach entweder seitlich ein Tunnel bohrt, um dort irgendwie Untersuchungen zu betreiben, oder dass man, also so wie so einen Tiefen sonar, sag ich jetzt mal, dass man da versucht herauszufinden, ist darunter vielleicht eine Struktur, die sich irgendwie abgrenzt von natürlichen Strukturen. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann jemals eine Lösung zu diesem Thema erhalten werden und ich werde euch, sobald es da was Neues gibt, natürlich auf dem Laufenden halten. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und apropos Daumen nach oben, YouTube hat vor kurzem wieder am Algorithmus zusätzlich noch was verändert und zwar ist mir aufgefallen, bei vielen Kanälen, die ich abonniert habe, dass ich die gar nicht mehr abonniert habe und ich habe mein Abo erneut abschließen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in meinem Kanal, der jetzt nicht so groß ist, auch der Fall sein kann, aber falls ihr wisst, dass ihr ein Abonnent von meinem Kanal seid, dann überprüft doch bitte nochmal, ob ihr das immer noch seid und überprüft das bitte auch bei allen anderen YouTubern, die ihr gerne abonniert habt und gerne anschaut, ob das da auch noch der Fall ist, denn das kommt nicht nur mir zugute, sondern auch vielen anderen, die ihr gerne ansieht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch was und wir hören uns beim nächsten Video. Also, macht's gut, euer Peso. Servus. FerEMA wir leben uns und bei uns Untertitelung des ZDF, 2020